Nr. 1 bei den Teichstammsaugern, der Torpedo Ultra. Im Lieferumfang des Torpedo Ultra sind enthalten 12 m Ansaugschlauch, 12 m Ablaufschlauch, Teleskopstangen, die ihr über 4 m ausziehen könnt, eine Gelenkbodendüse, eine Dreieckdüse und eine Runddüse. Auch den Torpedo erhalten Sie bei uns im Fachzentrum Rickenbach oder ganz bequem über unseren Onlineshop. Untertitelung des ZDF, 2020